Der Fürsfucker Privatbank Fokusfonds ist ein vermögensverwaltender Themendachfonds, der einen wachstumsorientierten Investmentansatz verfolgt. In der strategischen Positionierung fokussieren wir uns auf Investmentthemen, die ein hohes strukturelles Wachstum ermöglichen. Zu diesen Themen gehören derzeit der digitale Wandel im Allgemeinen mit seinen Unterthemen Künstliche Intelligenz oder auch Cloud Computing. Das zweite Kernthema sind Innovationen im Gesundheitswesen. Und das dritte Thema, mittlerweile auch am höchsten gewichtet, sind Umwelttechnologien, also all diejenigen Technologien, die uns dabei helfen, dem Klimawandel entgegenzuwirken, wie erneuerbare Energien oder auch innovative Recyclingansätze. Neben dieser strategischen Positionierung achten wir auch auf eine ausgewogene Portfolio-Konstruktion, sodass wir neben der optimalen Themendiversifikation auch in andere Assetklassen investieren, wie Anleihen, Wandelanleihen oder auch Gold, um auf Portfolio-Ebene ein effizientes Portfolio erstellen zu können. Und als Grundpfeiler unserer Investmentstrategie gilt unser Risikomanagement-System, das wir speziell für die Anforderungen im Dachfondsmanagement entwickelt haben. Und das hat uns auch insbesondere letztes Jahr dabei sehr gut geholfen, die Kurskorrekturen im März relativ gut zu managen. Die Performance in 2020 lag bei 27 Prozent. Was ist der Fonds für die Anforderungen im Dachfondsmanagement-System? Investiert zu sein, die ein langfristiges und hohes strukturelles Wachstum ermöglichen. Und der zweite Vorteil resultiert aus dem Dachfondsansatz. Dadurch, dass wir in sehr spezialisierten Investmentbereichen investiert sind, braucht man hier auch eine sehr hohe Expertise, um einen Mehrwert generieren zu können, sodass wir hier auch die Möglichkeit haben, direkt in Fonds zu investieren, dessen Management dann auch unter Beweis gestellt hat, dass sie eine sehr hohe Expertise auf diesem Bereich haben und auch einen Mehrertrag erzielen konnten. Letztes Jahr haben wir insbesondere verstärkt in aktiv gemanagte Fonds investiert, da gerade in diesen dynamischen Marktphasen dann aktives Management dann auch einen Mehrertrag liefern kann. Wir stehen auch mit vielen nationalen und internationalen Fondsgesellschaften im engen Austausch, sodass wir über die neuesten Fondentwicklungen immer auf dem Laufenden sind und wir eventuell den Investoren die Möglichkeit bieten, in Fonds zu investieren, in die sie als Privatanleger nicht investieren könnten, da die Mindestanlagesummen relativ hoch sind. Und der Fürstfolger Privatbank Fokusfonds eignet sich am besten für Anleger, die eine höhere Risikotoleranz haben, die auch eine gewisse Volatilität aushalten können und einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben. Vielen Dank.